Hat sich's ja rentiert, nochmal hier zurück zu gehen. Dann können wir sehr wenig Sachen schmelzen. Und ein Kristall erhalten. Okay. Das nächste ist hier wieder hoch. Das heißt nämlich, dass wir dem anderen Raum jetzt auch... Also hier... Das Ding brennt. Oh, die geht gleich auf. Da sollten wir das Zeug einsammeln. Oh. Ein Exorzismus, ey. Und... Bullenhörner. Die Brücke ist jetzt mittlerweile stabil genug, dass man einfach drüber heizen kann. So, das heißt... Ähm... Herausfinden, was es da... Hier noch für ein Secret-Bereich gibt. Huh. Ich gucke auf jeden Fall gerade in die richtige Richtung. Hier kann allerdings nichts gesprengt werden. Wenn ich runterfalle, dann verliere ich nur Leben. Aber das war's auch schon. Hm. Das interessiert mich jetzt gerade aber schon, weil... Da, wo ich gerade bin, gibt's noch ins Erdgeschoss. Etwas. Etwas. Aber hier ist nichts. Hier lande ich nur immer irgendwo und verliere Leben. Hm. Hm. Das bringt... Alles nichts. Nö, die Fahne abhacken bringt auch leider nix. Das deckt nur den tollen Pfad auf, aber nicht, was da unten ist. Da runterfallen bringt mir sicher auch nix. Hm. Hm. Dann passe ich hier einfach mal. Vielleicht komme ich auch irgendwie anders hin. Ein Dämonenhändler. Räuchergefäß. Das kennen wir ja bereits. Hm. Bist du hier um etwas... während deiner Pause zu essen? Nun such dir was aus. Aber versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Einkaufen. Ja, was kann ein... Endlose Gerechtigkeit. Mehr Jungfrauenmünze. Jede Menge Futter. Säcke. Exorzismus. Hundeknorren. Na komm, kaufen wir endlose Gerechtigkeit hier mal. So kommen wir höher. Ja. Und du? Warum zur Hölle ist da eine Kanone? Ah, da komm ich weiter, okay, ich seh schon, I see, I see, kann ich euch eigentlich schneiden? Ja, dadurch geht ihr auch kaputt. Falsche Richtung. So, was steht hier? Gefahr, nicht die Kanone benutzen, sie ist außer Betrieb. Wenn ich ein Schild wie dieses sehe, dann möchte ich immer das genaue Gegenteil davon tun. Schätze ich sollte meinen Titel ändern, ist so der Furchtlose, er ist so der Verrückte. Okay, das war noch nicht ganz richtig. Das war zu spät. Das müsste jetzt aber stimmen, oder? Ja, das hat ungefähr gepasst. Danke, alte Kanone. Ganz ehrlich, ich habe auf das Windgehopse gerade keine Lust, also nehme ich den anderen Weg. Sammle hier ein bisschen so Leine hier ein und guck mal, was uns hier hinten erwartet. Ja, die schneiden bringt echt nichts. Also, ich meine an Dämonen-Szenen. So, hier oben ist Geld und Tinte. Nehme ich beides immer gerne. Ich sehe Truhen, aber ich sehe kein Feuer. Da ist eine Nischung, da ist eine Nischung, aber ist das nirgendwo Feuer? Ach, da ist Feuer. Au. Okay, so muss man das Ding steuern. Okay, gecheckt. Nein, das macht sonst großes, großes Aua. Jetzt sollte ich mal warten, bis zwei Tintenfässer nachgeladen haben, sonst darf ich wieder als nackter Wolf rumlaufen. Ein Knochen-M. So. Ein Knochen-M. Au. Okay, die Truhe geht einfach wieder zu. Und nackt war ein Set. Und nackt war ein Knochen-M. So. So, Leiner geht's gut. Tinte wäre auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Denn ich will nicht wissen, gegen was ich jetzt hier wieder kämpfen muss. Ach, gegen Alltagsgegner. Oh, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Drei Dämonen-Szene, weil ich ihn mal ordentlich geschnitten habe. So. So lasse ich mir das gefallen. Yay. Letzte Zotart. Schwarz-Dämon-Horn. Horn, das in Gewürze getaucht wird für Roshis Vorspeise. Ja, lecker. Zum Glück muss ich das Zeug nicht essen. Ich meine keinem Wurde, dass er ein miese, petriger, achtköpfiger Irrer ist, wenn er nichts gescheites zu essen kriegt. Tja, ich würde aber trotzdem immer noch gerne wissen, was es mit dem anderen Ding auf sich hat. Jedenfalls haben wir damit auch die letzte Truhe freigeschalten. Hallo. Einmal schmelzen, bitte. Goldner Pfirsich. Mystische Frucht für den Magen komplett. Ja, mal wieder so einer. Ja. Ich habe nämlich echt, keine Ahnung, was ist hier hinten in der Sanddüne mit dem geheimen Pfad auf sich hat. Ich kann hier eine riesige Windturbine mal erschaffen. Ich glaube aber nicht, dass die was großartig bringen wird. Achso, ich wollte gerade sagen, hey, die Feuerschalen sind hier aus, aber die habe ich gerade ausgepustet gehabt. Ja, ich kann den Pfad sichtbar machen und das war's. Und egal, wo ich hier runterfalle, das bringt mir nix. Ach, doch. Okay, ich hätte das Loch noch ausprobiert sollen. Jetzt kommt aber die super Funkfrage, was bringt es mir? Ah. Eine Perle. Perle, die aufgrund der Reihenheit zu dieser Größe wachsen konnte. Okay, Rätsel gelöst. Wir können hier raus. Und einen Abflug nach unten machen. Und bevor wir Mr. Gourmetkoch sein Zeugs geben, wird gespeichert. Was haben wir denn hier? Du hast mehr als eine der geheimen Zutaten gemacht? Wow, du bist gut. Ich hatte jetzt einfach gewusst, dass du ein guter Assistenz sein würdest. Das war doch gar nichts, aber wir haben jetzt ein bisschen eilig. Gegeben Ogerleber. Gegeben Lippen aus Eis. Gegeben Aukafel aus Feuer. Gegeben Schwarzdemonhorn. Hihi, mit jeder geheimen Zutat, die ich hinzufüge, soll meine Liebe für Lord Orochi wachsen. Okay, jetzt habe ich alle geheimen Zutaten. Es ist also Zeit, mein Spezialgericht fertigzustellen. Du gehst deine Augen an meinem tollen Fähigkeiten, Schätzchen. Mit ganzem Herzen und liebter Inbos werde ich eine Symphonie erschaffen aus dämonischer Vollkommenheit. Bitte schön, das Kronium wird unter dem Vorspeisen. Bringt garantiert den vollen Geschmack der Hauptspeise voll zur Kältung. Hier ist mein ultimatives Meisterstück. Misthaufen Schleimeimer Gulasch. Dadurch wird die Hauptspeise Kuschie tausendmal besser schmecken. Nur wir dürfen Lord Orochi nicht warten lassen, Schätzchen. Geht zur großen Hand, Leute, die Speiseglocke. Das wird die Fernstellung meines Meisterstücks verkünden. Der Klang dieser melodischen Glocke soll der Auftakt sein für Lord Orochis blutiges Festmahl. Ich speichere nochmal drüber und dann klicken wir mal kurz rein, was passiert. Ich bin schon ein bisschen neugierig, auch wenn wir jetzt genau an der Stunde Aufnahmezeit sind. Naja, passiert nix. Hier, hier, endlich, das Mal ist fertig. Ich läute die Speiseglocke. Ich läute sie so oft wie Lord Orochi die Köpfe hat. Die Glocke zu leuten ist eigentlich meine Aufgabe, zu sehen, wenn du die ganze Zeit drauf wartest. Sie zu leuten, möchte die Ehre diesmal überlassen. Setz dir deinen ganzen verwurrten Körper und deine ganzen bösen Seelen dabei ein. Lass dir wieder laut erschallen. Das war jetzt viermal. Ah, ich läute sie einfach ein paarmal. Äh, wir wollen da mitfahren. Okay, wir speichern jetzt aber nochmal. Also ich speichere jetzt noch einmal und dann mache ich einen Cut erstmal. Dann müssen wir mit dem Kampf gegen Orochi bis zur nächsten Folge warten. Komm, die dumme, die dumme. So. Und dann gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.